Was du meinst, warst du grade da früher? Leute rennt mal nicht immer weg, wie sollt'n der Medic euch dann behandeln, wenn ihr alle wegkrabbelt? Ich will aber nicht auf einem Punkt liegen. Dann muss der Medic sagen, dass er behandelt, glaub' ich. Ja, da ist Sunny, der braucht glaub' ich noch ein Paar, ist wie von ihm. Sunny ist noch im Himmel. Der ist im Himmel. Bleib! Wir können doch gar nicht laufen. In die Freiheit, Doc! Wie können wir uns hier nicht halten? Operation Regenwurm, let's go! Für die Freiheit! Okay, wer macht das? Warte, shit! Alter, dieser Geräusch! Gut! Ähm, Basti! Du bist da, sehr gut! Ähm, neues Target für dich, grün eingekreist. Immobil. Warum Immobil? Immobil? Mobilität ist... Pfff! Was ein Bild für die Karte! Das Bild! Ja, okay. I see, I see. Ah, shit! Bin jetzt so grad'n Neustell? Immobil? Wieso Immobil? Immobil? Schön! Sehr schön! Oh Gott! Oh, Kanada, Kanada! Äh! 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 Doc ist schon wiederkommen mit Broke, Mella! Äh! Tief einatmen, Doc! Tief ein- und ausatmen! Äh! 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 Leute, ey! Er zerreckt schon wieder! Äh! Äh! Gibt's hier jetzt ein Medikus oder eine? Äh! 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 Nein! Nein! Lauf! Lauf! Lauf, dog! Lauf! Lauf! Lauf, dog! Lauf! Ja, Paul!